Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Turm der Maria-Hilf-Kirche in München am Spieltisch des Kargelands. Wir unterziehen unseren Turm gerade einer Generalsanierung. Er ist fast komplett eingerüstet und auch im Inneren des Turmes werden Arbeiten ausgeführt. In einigen Wochen erhalten wir einen neuen Holzglockenstuhl. Aus diesem Grund sind unsere Leuteglocken gerade außer Betrieb. Man sieht es hier, die Tasten dieser Glocken liegen unten. Sie sind ja auch hier vom Kargeland aus spielbar. Aktuell ist der 31. Juli 2021 die Auer Duld, die ja dreimal im Jahr hier um die Kirche herum stattfindet. Die zweite Duld, die eigentliche zweite Duld, in diesem Jahr allerdings die erste, da wegen Corona die Mai-Dult nicht hat stattfinden können, ist noch bis morgen. Und aus diesem Grund spiele ich jetzt 20 Minuten Musik vor der Abendmesse, die in einer halben Stunde beginnt, sozusagen als Kirchenglockenersatz. Und da wünsche ich Ihnen viel Freude mit diesen Klängen. Wir wollen so auch ein Zeichen setzen, dass auch aus der Baustelle heraus sozusagen das Kargeland der Maria-Hilf-Kirche erklingen kann. Viel Freude dabei! Und da wünsche ich Ihnen! Amen. 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 Amen.